Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online! Und ich hab dich nicht mal ausreden lassen. Hallo! Hallo! Wir können auf Spielen drücken. Wir sind im Insel-TD. FLSC Insel-Deathmatch. Guck mal, die Beschreibung ist schon mal ein bisschen ausführlicher. Hoho! Großes Respekt auch für den eintreizreichen Namen! Disrespekt, Alter. Disrespekt. Ja, Insel-TD. Alles klar. Scheiße, Dominik ist im Gegnerteam. Hehehe. In dem Fall wette ich auf mein Team. Ja. Bist du dir da sicher? Es ist verdammt ausgeglichen, Alter. 2.900 Dollar! Na, wer bietet mehr? Na komm, da geht noch was. Wer hat denn auf die anderen gewettet? Eigentlich müsste ich mal 8.000 verlieren. Ich glaube an mein Team. Was ist das denn? So. So. Dann fangen wir mal an. Oh, das ist so geil. Ohne Scheiße. Ach, ich freu mich ja so! Also ihr müsst direkt Decken suchen. Ja. Die Map ist ein bisschen schwierig auch. Ohne klar. Ohne klar. Oh weia, Alter. Was hast du denn hier draus gemacht? Boah, fucken. Alter, die Map ist so krass. So ne Scheiß. Wie hier nicht erstmal Wellengang ist. Ah, es geht ja schon gut los. Ohne klar, ne. Sorry bro. Ah verdammt. Ah, verdammt. Ah, ich wusste es. Es ist verdammt, äh, verdammt schwierig. Pentagon, du Wichser. Haha. Weil du spawnst auch manchmal in den unmöglichsten Locations und dann bist du einfach mal gefickt. Wie fair ist denn das halt? Was? Spawnschutz. Komm schon. Wir nehmen alles auseinander. Spawnschutz, Alter, wie ich es hasse. Fuck. Schönes Ding. Spawnschutz, wie ich es hasse, Alter. Oh. Oh. Na komm schon, komm hoch. Nein. Doch, 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 doch. Oh, 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 oh. Hier sind übrigens, äh, explosive Fässer, ne? Ja. Schön, dass du es gesagt hast. Haha. So. Alter. Das ist nochmal ein Feature, ach du Scheiße. Ein Feature. Wow. Das ist schon ein klein wenig siefig. Siefig? Ja, genau. Gut siefig oder schlecht siefig? Haha. Ah, ich sehe schon, wir haben die andere Spawnseite erobert. Ja. Ernsthaft, wie der ist. Ernsthaft. Ja, komm schon. Heißt du. So. Schön gekillt. Sief, Digga, sief. Sief, sief. Sief. Ja, das war ja, das war ja super. Ähm. Ich überleg grad, ob das ein gutes Prinzip ist. Also, Marvin, das war doch jetzt mit garantiert eine Pump, oder? Ich verspreche dir, ich zocke nicht mit Shotguns. Schrotflintina. Ja, ist klar. Immer, immer. Muss. Muss. Mensch. Freepay. Rutsch bei dir. Fick dich, Alter. Fick dich. Oh, du Scheiß. Wir stehen übrigens auch mal Torräder. Du für den Fall. Ja, hab schon eins benutzt. Ey, wir haben 9 zu 14. Das ist richtig mies. Das ist mies. Das ist mies. Du, maybe. So. Wo bist du? No, I don't call you. Äh. Wir können ja mal den Teddy-Song spielen. Oh Gott, dieser Typ, Alter. Okay. Haben wir jetzt die andere Spawn-Seite? Schreibt mir. Glaub ja. Ja. Nein. Ja, nein. Da freut er sich wieder, weißt du? Da freut er sich. Ja, ja, ja. Natürlich. Och, ey. Das ist nicht wahr. Ähm, doch. Alter. Könnte gut sein, dass ich hier ein paar Mal ausraste. Also, nicht wundern. Ja, nö. Leute. Aber wie schön, dass ich dich auch noch erwischt hab. Hey, hey. I just shot you. Halt die Fresse. Ich schieß dich nieder. Alter. Oh, Michael, bitte. Du klutsch dich, Schrot. Nein. Nein. Alles ist nicht Schrot. Nur nicht Schrot. Wer Schrot spielt, hat kleine Eier. Ey, ey. Bei dir hat jeder kleine Eier. Von daher ist mir das scheißegal, Alter. Oh, ja. Bleib mal in Deckung. Verkämpf dich mal ein bisschen. Verkämpf dich mal. Wir wissen es jetzt alle, 3LP hat die kleinsten Eier des Let's Plays. Oh Gott. So, den Titel musst du erstmal wieder loswerden. Ah, fuck it. Kommt der da rum, Alter. Kommt der da rum. Den Titel muss ich nicht loswerden. Das gibt es doch nicht. Ich. Na, Marvin, schwimmt bei dir, wa? Halt mal. Ehrlich. Ähm. Marvin, flieg und sieg. Ah, es war ein Versuch. Ja, aber du warst zu auffällig. Nein. Doch. Nein. Doch. Sief, Digga, sief. Oh ja, ich lauf erstmal ohne Waffe rum. Passt. Rennt bei dir. Wie schön du mir in die Waffe gelaufen bist. Ich danke dir vielmals. Natürlich, ähm. Verdammter Spawnschutz. Immer wieder. Gerne. Jetzt komm doch her, Alter. Sief, sief, sief. Das ist nicht nett. Alter. Das mach ich auch nicht mit dir. Sief ich, Alter, sief ich. Wie geht das schon wieder los? Ja, ja, sief, Digga, sief. Kabo. Alter. Ja, die haben gewonnen. Kommst du da zu zweit, ey. Hallo, drei gegen zwei. Drei gegen zwei, ganz ehrlich. Dum, dum, dum. Ah, we are the champions. Nächste Mal. Nächste Mal bei ungeraden Zahlen bitte nochmal das Deathmatch. Ja, wir sind doch. Ja. Oder wir müssen halt noch mehr Leute einladen. Hab 400 Dollar gewettet und hab 200 gekriegt. Ja. Das ist so logisch, ne? Ah, nein, 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 pass auf. Quatsch, du machst dabei keinen Verlust. Die 400 ziehen sie dir automatisch ab. Das heißt, ich habe theoretisch 600 gewonnen und sie haben einfach nur 400 abgezogen schon, weil das mein Einsatz war. Oh, der Soldat James Riott, kommt. Nein, nein. Ja. Ist nicht drin. Ja. Ist nicht drin. Oh Gott, es ist geil. Das Beste, was es gibt, es ist geil. Ihr wollt doch echt, dass ich irgendwie Rage quitte, oder? Ja. Nein, wir wollen einfach, dass du vollkommen ausrastest. Ohne Scheiß. Marvin, wir lieben dich doch, das weißt du doch. Ich euch doch auch, Herz. Raste einfach vollkommen aus. Ah, dass es das Beste Death Metro gibt. Ist es, ja, es ist leider so. Es ist einfach nur geil. Der Soldat James Riott, setze deine Militärausbildung ein, um den Gegner auszuschalten. 80% Wertung. Also Marvin, so scheiße kann es gar nicht sein. Militärausbildung, ne? Militärausbildung. Ein Jahr, bevor ich Post gekriegt hätte, vom lieben Beerdienst-Gefratze, hat dieser nette Gutenberg so ein tolles Gesetz erlassen. Ich liebe ihn dafür. Ja, ich habe auf. Ich wäre hingegangen. Ja, ich wäre auch gerne hingegangen. Nur, äh, bei mir wäre das sowieso nicht gegangen. Wieso nicht? Aus anderen Gründen. Ähm, ich habe ein Problem am Fuß. Oh, eine Ausmusterung. Genau. Ja, Michael, ich hätte das großartig gesehen. Alter. Na ja, natürlich, ne? Also, ähm... Chronische Spastigkeit zählt. Dich hätten sie als Scharfschützen in der Nacht eingestellt. Dich sieht eh keiner. Das war ein Penner. Das will eigentlich ich sein. Ach, stimmt. Er meinte doch bestimmt ihn. Ich meinte auch dich, Dominik. Zur Erklärung, Creator94 ist schwarz. Hallo. Dam, dam, dam. I love chicken. Nein. Yo. Ich habe mal ausgerechnet. Wenn wir gewinnen und haben 2500 gesetzt, ne? Dann kriegen wir 3500. Ja, ja, schon gut. Höch. Wie war eigentlich dein Chicken gestern? Oh, das Chicken war delikö... Deliköte. 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 Genau, das wollte ich doch sagen. Deliköte, wolltest du sagen. Äh, übrigens, der Jet ist gar keine schlechte Partie. Wenn man es richtig anstellt. Ja. Nicht so wie du, ne? Ich habe geübt. Was meinst du, warum ich den Jet nehmen? Weil ich ein Jet am stärksten bin. Nur sobald du einmal abstürzt, dann... Ja, dann ist... Ja. Ja. Hey, 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 hey. Leute, Leute, wo seid ihr? Oh, fast abgestürzt. Sief bei mir. Ah, sitzt noch einer im Jet, okay. So. Alles klar, das war ein Verbündeter. Keine Buletten. Keine Buletten. Keine Buletten? Ich mag aber Buletten. Was? Alter. Ah, ah, ha, ha. Da oben haben wir ja einen. Hast du den gerade abgeschossen? Marvin? Nee, äh, ich werde hier, glaube ich, beschossen. Gut, dann war es das nicht. Ah, ist irgendwie der Sinn. Marvin, dann war es das nicht, du. Dann... Ah, ich habe ihn hier irgendwo. Das Problem ist, damit es keine Rückkopplung gibt. Ich habe hier mal die Verfolgung auf. Ja, vielleicht hätte ich auch mal Raketen stellen sollen. Ah! Wieso seid ihr nicht so leise auf einmal? Keine Ahnung. Nein! Ja! Ja! Nein! Alter, dafür wirst du sterben. Ohne Scheiß. Das kommt davon, wenn man sich auf andere Leute konzentriert. Nee, ich höre das Piepen vom Radar nicht, weil die Xbox auf ganz leise gestellt ist. Ah, du bist also... Wegen Rückkopplung und... Du bist also im Jet. Sag das doch. Das ist ja ein Grund mehr, Alter. Ja, wir sind zu dritt im Jet, ne? Aber ich sehe dich nicht. Das ist sehr schlecht. Nein! Das ist sehr schlecht, dass ich dich nicht sehe. Doch, ich sehe dich! Ja! Nein! No! Oh Gott! Aber da stürzt einer ab, das habe ich gesehen. Ja, das war meine. FL1 an Tower. Melde Gegnerbezug. Alter, ich habe dich doch gesehen. What the fuck? Ich klatsch dich vom Radar, Alter. Ich sehe dich, ich sehe dich. Oh, ich klatsch mich gleich selbst vom Radar. Oh! Nein! Ja! Jetzt komme ich. Nein! Ich lande! Ich lande! Mayday! Mayday! Wo bist du, Penner, Alter? Ja! Auf einmal steht da ein Kran. Na ja, jetzt. Warte, ist jemand da, ist jemand da! Ja! So. Ich darf nicht so laut sein, ey. Das ist nicht nett, Leute. Das ist nicht nett. Ich fühl'n's schon nice. Wir müssen fuck die Motherfuckers. Cousin, was ist los? Ich hab 2000 für die Kran. Ich komme, mein Cousin. Mensch, Cousin, lass uns Bowlen gehen. Lass uns Bowlen gehen. Und da war... Da war eine Brücke. Da schießt jemand! Das geht nicht! Warte auf! Nein! Oh, es ist bei dir falsch, Alter. Ich werde Heul quitten. Ich werde Heul quitten. Ich hab dich doch gesehen, Alter, Bitch. Da. Ich werde in diesen Panzer steigen. Ah, du kleine Snitch. Wer schießt da? Marvin. Äh, Marvin. Nein! Oh, das Lachen war böse, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Oh, voll geil, Alter. In deinem kleinen, schnuckeligen Hintern, mein Freund. Ich nehm' mir auch'n Panzer. Wir haben jetzt erstmal fünf Kills vorsprung. Jungs, wir brauchen'n Panzer. Ah, da ist jemand gespawnt. Crager, Crager. Hey, hey. Stehenbleiben. Toll, wie ich ihn nicht treffe. Warte, da hab' ich ihn. Zerstör ein bisschen die Fahrzeuge. Oh. Ich steck' fest. Zieh' ihn raus. Zieh' ihn. 2.500. 2.500. Ich kann ihn nicht rausziehen, Alter. Es ist zu spät. Ja, die Alte ist schwanger, wa? Ja. Schmieren. Oh, Gott. Butter. Butter. Oh, Gott. Mein Rohr steckt fest, Alter. Und alle fragen sich, geht es noch tiefer? Mein Rohr steckt hier fest. Das ist ein bisschen eine Scheiße. Marvin, du musst mir helfen. Oh, es gibt sogar ein doppeltes RP, Alter. Oder ich zerstör mich jetzt selbst. Das kann ich natürlich auch machen. Schadensbegrenzung. Ah, warte, jetzt bin ich draußen. Bin ich draußen? Ah, ich bin draußen. Nico, mein Karsen. Äh, wir sollten vielleicht zum anderen spawnen, weil da stehen noch Fahrzeuge. Ich muss erst mal raus hier, Alter. Ich wette, mit dir, da läuft gerade einer von denen hin. So. Okay, ich bin draußen. Ich ruf' meinen Lester an. Lester. Lol, ist der doof. Wetter, es war an mir vorbei. Das ist ja der Sinn der Sache, Luca. Außerdem musst du dich gerade verraten, du Bitch. Oh. Marvin, ich hab' ein Problem. Scheiße, 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 scheiße. Leck mich, leck mich. YOLO. Alter, was ist denn los? Marvin. Ich hab' ein Problem. Er hat kleine Eier. Nein, ich bleib' mit meinem Rohr immer überall hängen. Das ist, ähm, schlecht. So lang ist das Ding? Jaja. Sie, 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 sie ist sie, Alter. Hammergeil, ey. Jungs, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ordentlich Löcher stoppen, ne? Ordentlich Löcher, Alter, das sag ich dir. Ohne Scheiß. Boots. Ah, ist im Kamm. Boots. Boots. Oh. Boots. Der Spawn gleich hier. Ne, da ist Bonter. Äh, oben auf dem Kran. Fuck, 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 fuck. Oh. Oh. Da, Feuer. Um. Das war noch nicht mal. Loi, wie ich einfach nicht sehe. Äh, er ist hinter dir, ne? Nein. Loi. Wir zocken zu null, okay? Ich werde mich nicht aufregen. Jungs, tut alles. Werft Haftbomben. Diese Mistkinder dürfen nicht gewinnen. Hafti? Also zumindest nicht zu null. Hafti, Abi, 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 Straßenstyle. Ich werfe ein Haftbefehl. Hafti, Abi, Abi, Straßenstyle. Alter. Ohne Witz. So geht das. Ach, Scherze. Vor allem auf Marvel müssen die Haftbomben, Mann. Der ist schon angehittert. Drei Haftbomben hat er schon überredet. Gerade Haftbefehl. Ich glaube, mit Haftbomben reden die gar nicht mehr. Haftbefehl. Na, wer läuft denn da? Na, wer läuft denn da? Läuft bei dir? Alter. Mit dem Panzer bist du aber echt so ein bisschen unbesiegbar, ne? Ladies and Gentlemen, hiermit erkläre ich den kleinen Eierpreis an Free-L-Pay und Punktenabendung. Also an dem BO2-Gamer. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt kleine Eier. Ja, mit dem Panzer bist du einfach unbesiegbar. Das ist dieser Game-Mode. Wir haben kleine Eier. Ja. Ja, das sind wir. Kleine Eier und ich bin stolz. Läuft bei dir. Neue Tätowierungen, Alter. Ach, ist klar. Nein, und jetzt ist es zu spät. Ein Nichts-Gamer-Schaffstab. Marvin! High Five. Virtuelle High Five. Ah, unschönen Geld. Schöne Runde, ihr Lappen. Toll. 3,7k gewonnen und nur 1200 kriege ich. Weißt du, und er regt sich vorher noch auf. Ich will die Rage-Quit. Geil, sollen wir noch mal? Ja. Zitat. Oh, nee, das ist voll scheiße. Ihr wollt doch, dass ich Rage quitte. Wie lange geht die Folge eigentlich schon hier? Äh, 19 Minuten. Also wir könnten jetzt affeln. So. Gut. Müssen. Leider. Gut, das war's von dieser Folge. Geht ja auch online. Wir freuen uns natürlich, euch bei der nächsten Folge wiederzusehen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf Abbonieren. Ja, das war geklaut. Und drückt den blauen, blauen Daumen jetzt. Nicht mehr den grünen, den blauen. Bitte. Was, der ist blau? Ja, der ist blau. War der nicht rot? Nö, jetzt ist er blau. Gebt uns einen Daumen runter. Favorisiert nicht. Gebt euch de-abonnieren. De-abonniert. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.